Jo Leute, willkommen zu diesem Video und ja, in diesem Video zeige ich euch mal wieder den neuen Shop in Fortnite und ich werde auch wieder einige Sachen aus dem Shop verlosen, also bleibt auf einmal bis zum Ende am Start. Aber Leute, ich habe ja noch eine Wette mit euch am Start und zwar, wenn wir bis zum 4.06.2018, also meinem Geburtstag, die 20.000 Abonnenten schaffen sollten, werde ich nochmal 60.000 V-Bucks an euch verlosen und dafür sollte wirklich mal jeder, der dieses Video hier sieht und den Kanal feiert, diesen Kanal mal wirklich an jeden, den er kennt, teilen, damit wir die 20.000 Abonnenten noch schaffen. Aber Leute, mein persönliches Ziel für dieses Jahr sind ja die 50.000 Abonnenten und es würde mich mega freuen, wenn wir dieses Jahr noch die 50k auf YouTube schaffen. Also Leute, lasst auf einmal ein Abo da. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Das ist der aktuelle Fortnite Shop und wir sehen als tägliche Gegenstände gibt es einmal Discofieber, Waffenexperte, Süßkram, Blendend Imperiumshacke und Klack. Das sind die aktuellen Sachen in den täglichen Gegenständen und dann gibt es natürlich noch die vorgestellten Gegenstände und dann gibt es einmal Sprungwurf, Korbzeit, auf der einen Seite und dann noch Dreifachbedrohung und Slam Dunk. Ich verlose in diesem Video nur die vorgestellten Gegenstände an euch, das heißt die beiden Skins, dann den Hängegleiter und natürlich auch das Erntewerkzeug. Alles, was ihr dafür machen müsst, um das Ganze jetzt zu gewinnen, ihr lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und teilt diesen Kanal an eure Freunde. Dann schreibt jetzt in die Kommentare mit einem Hashtag, was ihr haben wollt, zum Beispiel Hashtag Slam Dunk oder Hashtag Korbzeit und dann auch noch, warum ihr diesen Gegenstand haben wollt und was ihr cool an dem findet. Und das ganze Gewinnspiel hier wird dann im nächsten Shop-Video aufgelöst, dann nenne ich nämlich dann die Gewinner. Wenn ihr dieses Video bis hierhin geguckt habt, dann schreibt einfach mal Hashtag Shop in die Kommentare. Aber jetzt würde ich mich freuen über 350 Likes und dann bin ich jetzt erstmal raus, wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und tschau Leute! Und dann schreibt einfach mal was, was the hell he's everything chasing you chasing you chasing you oh my god no no like this is he's trying to knock you down your furry cock oh I mean oops damn future fried cook oh my god I read that as furry cock you know future fried cook welcome I'm so sorry I said that I didn't read your name right I'm sorry that's my art my uh my dyslexia death you missed my last down to see us go summit a lot of people want to watch me play counters again I actually you guys are probably gonna be happy to hear this but I'm actually going in the distance I'm actually going to be playing easy a open back he's in the truck oh my god I don't know 500 health 200 shield that's just mad easy I literally just like one shot Thanos dude dude oh they were all fighting wait what were they playing around were they pretending to fight with one another and then they all turned on me they were literally fighting one or they were shotgunning one another I dropped it eleven and then whatever split what am I supposed to 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 what is that I supposed to you Vielen Dank.